Musik Es geht also darum, den Alltag der Menschen zu verbessern und gleichzeitig mutig und entschlossen die Zukunft zu gestalten. Das ist unser Anspruch und unser gemeinsames Ziel ist es, dass wir auch in fünf und zehn Jahren ein wirtschaftlich starkes und sicheres Land sind, in dem die Menschen gut leben können.